Hallo und herzlich willkommen zum Club der Roten Dichter. Es ist ein bisschen her, man braucht ein bisschen eine Erinnerungshilfe. Was wir sind, wer wir sind, was wir hier machen. Hallo, ich bin Matthias. Benjamin, guten Tag. Freut mich sehr, freut mich sehr. Aber ich habe das Gesicht schon mal gesehen, ich kann das zuordnen. Redest du nicht im Fernsehen öfter über Hannover 96? Ja, du doch auch. Deswegen haben wir uns doch jetzt zusammen getroffen. Ist ja verrückt. Ach, das ist das jetzt hier. Okay, sehr gut. Also, dann wissen wir Bescheid. Dann ist das, was habe ich gesagt, der Club der Roten Dichter. Natürlich, der Club der Roten Dichter. Hallo und herzlich willkommen. Und was wir alles hier reden, ist egal. Wir haben auch einen Experten heute dabei, also mindestens einen. Der ist uns aber jetzt schon mal zugeschaltet in, ich nehme an, in Köln. Und zwar in einem Museum, wie wir sehen, in der neuen Ausstellung von Kaspar David Friedrich, der ja auch viele Fotos gemacht haben soll. Niklas, grüß dich. Absolut richtig. Hallo, guten Abend. Sehr gut. Ja, schön, schön, dass du da bist. Schön, dass du als Einziger dir das Hemd extra zugemacht hast bei den Temperaturen. Oder ist es bei euch tatsächlich anders in Köln? Nee, es ist richtig warm. Ich bin gerade mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und Club der Roten Dichter, vielleicht sieht man es noch ein bisschen, ist auch in meinem Gesicht noch die Farbe der Wahl. Okay. Jetzt bist du gerade vom Stadion Hannover brauchen wir auch ein bisschen mit dem Fahrrad nach Köln. Aber hast du ja noch rechtzeitig geschafft. Richtig. Sehr gut. Sehr gut. Ja, dann muss ich kurz nachschauen. Das hier ist eine Sendung zum Anrufen. Genau, ich erinnere mich dunkel. Eine Sendung zum Anrufen. Also warum machen wir hier so einen Blödsinn? Weil wir halt zwei Wochen Pause hatten. Zwei Wochen Pause. Gar nicht so gerne teilweise, aber es hat sich halt so ergeben. Wir hatten eine Woche ja Länderspielpause. Mittlerweile von uns sehr geschätzt. Und dann wurde ja das Spiel nach der Länderspielpause, das halt meistens mittlerweile gut ist, wie wir das ja jetzt wissen, gegen Magdeburg gespielt. Aber eben an Ostern und weil wir zu dem Zeitpunkt am Montag noch nicht alle unsere eigenen Eier gefunden hatten. Die Magdeburger mussten drei aus dem Tor rausholen bei sich. Wir hatten etwas schwieriger zumindest, was das Suchen angeht. Deswegen waren wir Montag, am Ostermontag also auch nicht hier. Haben also im Grunde zwei Spiele auf der Schulter. Aber natürlich ist jetzt wahrscheinlich der Eindruck stärker von gestern. Also gestern Stadion, gestern. Wir kennen das. Also eigentlich könnte man, ich frage mich trotzdem, ob wir nicht eine Wiederholung größtenteils hätten heute ablaufen lassen können. Weil man kennt das irgendwie schon, dieses Zuhause, gutes Wetter, es wird was erwartet. Das Stadion ist voll. Ich glaube gegen den HSV war das, hatten wir glaube ich auch schon mal so eine Situation, die zumindest vergleichbar war. Ja, es wurde gestern zumindest glaube ich gesagt, ich habe in irgendeiner Zusammenfassung gesehen, dass gestern zum ersten Mal das Stadion ausverkauft gewesen sein soll in dieser Saison. Aber ich glaube nicht, oder? Also eigentlich gegen Hamburg oder sowas würde ich sagen, war es doch auch ausverkauft, oder? Das war doch sogar ein Flutlichtspiel. Da haben wir 1-0 verloren. Bakery Yatta, glaube ich. Nee, Glatzel. Egal. Wobei natürlich das Abendspiel, also wenn es das war, das war Freitagabend, ne? Sagst du? Ja, aber es war ein Freitagabendspiel. Gut, die sind natürlich tendenziell vielleicht mal nicht ausverkauft. Also schneller mal nicht ausverkauft. Aber weiß ich nicht, ob es darauf vielleicht gelegen hat. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es tatsächlich auch nicht so genau. Jedenfalls haben wir das Spiel halt, ja, 1-zu-1 gespielt. Wieder mal die Mannschaft ein bisschen unentschieden insgesamt, kann man sagen. Der Auftritt auch so ein bisschen. Und darüber wollen wir reden mit euch, also die ihr jetzt vielleicht schon zuschaut, vielleicht auch schon in der Leitung seid. Die Telefonnummer ist da drüben eingeblendet, die 0511 3670170. Es hat sich nicht geändert. Da könnt ihr jederzeit anrufen, auch wenn wir gerade mit jemandem hier telefonieren, weil wir draußen ja eine Redaktion haben, die euren Anruf erst mal entgegen nimmt und dann sozusagen vorbereitet. Vielleicht euch auch erst zurückruft, wenn es ein bisschen länger dauert. Also kein Problem. Ruft an, seid dabei, sprecht mit uns über die beiden Spiele, könnt ihr euch auslassen. Naja, und natürlich die spannende Frage, die wir wirklich schon mal genau so hier hatten, mit dem Glas halb voll, halb leer. Das hatten wir doch, glaube ich, wirklich erst vor ein paar Sendungen. Das ist ein Thema, das haben wir häufiger, ne? Ja, ist so, wir haben es häufig. Naja, weil wir uns in dieser Saison halt immer wieder so knapp unterhalb der Aufstiegsbereiche bewegt haben. Manchmal so dicht dran, dass nur noch ein Sieg meistens gereicht hätte, dass wir dann wirklich mal wieder ernsthaft mit drin gewesen wären. Und jetzt an diesem Wochenende haben nun unsere vermeintlichen Konkurrenten, also Düsseldorf und Hamburg, beide gewonnen. Das heißt, hätten wir jetzt dranbleiben wollen, wären drei Punkte tatsächlich in dem Falle wichtig gewesen. Das heißt nicht, dass alles unmöglich ist, weil zweite Liga ist verrückt und es kann alles passieren. Es gibt noch ein paar Pünktchen. Also natürlich könnten wir auch locker noch auf den dritten Platz landen. Ich glaube, auf dem zweiten wird es schwierig, ne? Zweiter wird schwer. Ja, die sind elf Punkte weg. Den braucht man sich, glaube ich, nicht mehr erträumen. Ich glaube, ich glaube, es geht um Platz drei. Also wenn, dann könnte es nur der dritte Platz sein. Und der ist natürlich jetzt auch ein deutliches Stück unrealistischer geworden. Ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob wir hier mit unserer Verkabelung alles so sehen, wie wir das sonst sehen. Also da steht noch nichts, aber ich glaube, da ist noch kein Anrufer, keine Anruferin. Das heißt, ihr könnt noch rumtelefonieren. Nein, ist noch niemand da. Dann fragen wir doch erstmal Niklas. Du hast das Spiel aber auch geschaut, ne? Ich habe das Spiel geschaut, allerdings unter widrigen Bedingungen. Ich war Samstag auf einer Hochzeit in Detmold und bin gestern schön am letzten Ferientag in NRW mit Regionalzügen nach Hause gefahren, wieder nach Köln. Und habe das Spiel auf dem Handy verfolgt. Ah, unterwegs. Aber es hat gereicht und es war ein ganz gutes Internet und es hat funktioniert. Aber ja, das war so meine Guckweise dieses Spiels. Also wenn es hier und da geruckelt hat, lag es zumindest nicht am Internet. Also das Spiel hat tatsächlich hier und da so ein paar Probleme gehabt. Es war durchaus schwere Kost, finde ich, oder Niklas? Ja, ich finde auch. Also ich meine, dass Seguin sich den Ball da am Ende noch so ins eigene Tor pullert, das hat das Spiel dann am Ende irgendwie noch so gemacht, dass ich so dachte, ach ja, ist doch irgendwie nett, zumindest ein Punkt. Und dann hat es irgendwie sich gelohnt, dass ich dieses Spiel jetzt 90 Minuten verfolgt habe. Aber ja, es war ein Spiel der schlechteren Sorte, das würde ich auch sagen. Im Stadion war es ja gewissermaßen noch schlimmer mit dem Selbstbetrug oder nicht Selbstbetrug. Tatsächlich, was war ich im Stadion begeistert von diesem grandiosen Tor von Teuchert, weil man im Stadion natürlich, obwohl es auf unserer Seite stattgefunden hat, nicht gesehen hat, dass er das gar nicht war. Aber um mich herum hieß es noch so, das hat er genau so gewollt. Vielleicht meinte er Seguin, vielleicht meinte er den gegnerischen Spieler, aber ich weiß es nicht, also ich bin nicht ganz sicher. Es war, also ich bin nach Hause, ich habe noch anderen Leuten das so erzählt, Mensch, das war ja wirklich beeindruckend, ganz von der Mittellinie an, tolles Solo und dann perfekt abgeschlossen mit Hilfe des Gegners. Fast so ein schönes Solo wie bei Moroja gegen Magdeburg. Das war ja wirklich das herausragende Solo in dieser Saison bisher, aber auf jeden Fall. Stimmt, das haben wir ja auch noch nicht ausreichend gelobt, sozusagen. Gar nicht. Dieses Solo war stark, auf jeden Fall. Das war toll. Wir haben jetzt auch die erste Anruferin, das ist Gisela. Die müsste eigentlich in der Leitung sein. Hallo Gisela, schönen guten Abend. Gisela, ist sie nicht da? Wir hören sie zumindest nicht. Hallo? Hallo. Einen schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ja Gisela, das freut uns, dass du anrufst und hier die erste bist, die uns nach der Osterpause quasi erreicht, gewissermaßen. Wie sieht es aus? Wie fandst du das Spiel? Wie ist dein Gedanken? Wie ist deine Stimmung gerade in Bezug auf 96? Positiv, negativ? Ich muss sagen, dass die Stimmung nach Magdeburg eigentlich gut war. Und man hat gedacht, gegen Schalke könnte man wunderbar drei Punkte holen. Und das war wie immer. Wenn man gegen einen Gegner spielt, der noch keinen Auswärtspunkt geholt hat, dann losen wir wieder ab. Insofern, es war ja hart an der Grenze, dass wir verloren hätten. Aber wie du sagst, da hätten wir auch echt mal drei Punkte holen können. Das war quasi wieder auf dem Silbertablett serviert, weil wir wieder gegen eine Mannschaft spielen, die wirklich formschwach ist. Ich glaube, in der Auswärtstabelle war Schalke Letzter mit sieben Punkten. Jetzt haben sie acht Punkte. Also eigentlich ja wirklich Punkte, die man echt mitnehmen kann. Und diesen Gedanken, den habe ich schon häufiger gehabt. Den hatte ich jetzt auch zuletzt gegen Wiesbaden, den hatte ich aber auch gegen Osnabrücken, auch gegen Kaiserslautern. Das sind alles irgendwie Mannschaften, die momentan echt nicht gut drauf sind, die viel über den Kampf kommen müssen, weil sie eben momentan unten stehen. Und wenn du eben gegen den Abstieg spielst, gerade in der zweiten Liga, musst du über den Kampf kommen. Und das sind nach wie vor Mannschaften, die Hannover irgendwie nicht liegen. War es nicht in der Hinrunde genauso, dass wir da auch gut standen und haben dann in Schalke auch verloren. Auch Schalke haben wir 3-2, glaube ich, verloren. Ja, genau. Aber da war Schalke, glaube ich, noch nicht ganz so interessant. Ja, da war Schalke in so einer Findungsphase. Ja, genau. Und dann irgendwann nach der Findungsphase... Jetzt haben sie sich gefunden. Jetzt haben sie sich gefunden und stehen ganz unten mit dabei. Ja, also es war tatsächlich so, aber es ist natürlich auch so, du hast gerade gesagt, was uns nicht so liegt. Was uns natürlich nicht so liegt, es war schon... Also Schalke hat am Anfang eine Phase gehabt, da haben sie uns irgendwie ins Schwimmen gebracht. Das ist, glaube ich, ein Problem, das wir haben, dass wir grundsätzlich von fast jeder Mannschaft zu leicht ins Schwimmen gebracht werden können. Dann passiert mal so ein individueller Fehler oder, naja, was heißt Fehler, ein verlorener Zweikampf, Arjen B. Und dann ist der gegnerische Spieler quasi fast schon durch und irgendwie alle kommen zu spät. Und dann ist der Ball im Tor. Und danach hat Schalke ja im Prinzip genau das gemacht, was uns überhaupt nicht liegt. Nämlich sich mit mindestens 13 Mann hinten in ihren eigenen Strafraum gestellt und nichts anderes mehr eigentlich gemacht. Exakt, so ist es. Wir können ganz kurz, bevor wir jetzt hier darüber weiterreden, in der Pressekonferenz nach dem Spiel, da hat Stefan Leitl auch darüber gesprochen, wie wenig Chancen wir hatten und welche Probleme wir hatten gegen Schalke, woran das lag. Und das können wir uns ja vielleicht mal ganz kurz anschauen. Du siehst ja, dass die Jungs wollen und wirklich immer wieder versuchen, anzuschieben. Es ist unheimlich schwierig, dann diese Situationen. Und Schalke hat eine wahnsinnig robuste Mannschaft, wenn du dann nicht sauber im Passspiel bist, wenn du 1-1-Situationen nicht kreieren kannst, wenn du keine Tiefe dann auch bespielen kannst, dann wird es natürlich auch schwierig. Und ich glaube, das hat man gesehen, dass wir da Probleme mit hatten. Deswegen dann auch sicherlich die Umstellung in der zweiten Hälfte, dass wir noch einen Spieler mehr im Zentrum haben, dass wir im Übergangsbereich ein bisschen mehr Personal haben. Und natürlich mit Ausblick, dass das Feld, so wie ich es ja schon gesagt habe, dass es halt auch sehr intensiv für Schalke sein wird, dass wir dann in unser Spiel kommen, mehr Ballkontrolle bekommen. Ich glaube, dass uns das dann schon gelungen ist. Grundsätzlich haben wir uns viel vorgenommen und konnten vielleicht das nicht ganz so erfüllen, wie wir es wollten. Gisela, würdest du sagen, dass es die Aufstellung auch so ein bisschen war? Weil er hat ja gerade selber gesagt, erste Halbzeit hat es eigentlich nicht so geklappt, wie gewünscht. War das die Aufstellung, die du dir gewünscht hättest? Ja, das Problem ist, wenn ich es jetzt mit dem Magdeburg-Spiel vergleiche, da hatten wir Moroja auf der einen Seite und Dem auf der anderen Seite. Ich war früher kein Fan von Dem. Aber in dem Spiel war er überragend. Sonst hat er manchmal die Bälle, hat einen Pass gekriegt, die Bälle gingen ins Aus oder weiter. Aber da hat alles gepasst. Und ich finde, da wurde auch der Ball von unserem Torwart sozusagen auf die Spieler nur nicht hoch und weit. Und diesmal war es immer gegen Schalke. Also haben wir gespielt hoch und weit und irgendwer wird den Ball schon kriegen. Nur leider hat das nicht geklappt, weil teilweise die Schalker auch mit drei Mann oder zwei Mann auf einen von unseren Spielern gegangen sind. Und dann ist halt auch so jemand wie Vogelsammer, der dann auch irgendwie zum Teil sich dann mal so einen Ball erläuft und ihn dann irgendwie ein paar Meter nach vorne spielt, als ob er denkt, da ist noch einer. Aber er wäre dann eigentlich derjenige gewesen, der ihn auch hätte nähen müssen. Er ist die nächste Anschlussstation. Das hat früher übrigens mal funktioniert mit Bebu. Der hat quasi den Ball in die Tiefe gespielt und hat sich den Ball dann selber erlaufen, ein, zwei Mal. Aber das hat Vogelsammer nicht geschafft. Dem konnte natürlich nicht spielen. Ich finde aber... Niklas, du wolltest was sagen? Ja, also mich wundert so ein bisschen, wie Leitl das Ganze dann auch einordnet. Also klar sagt er so, wir haben dann in der Halbzeit auch umgestellt. Da frage ich mich, warum muss es erst zur Halbzeit so weit kommen? Aber personell hat er ja gar nicht so viel umgestellt zur Halbzeit, sondern es war ja eigentlich nur Teuchert, der für Vogelsammer dann gekommen ist, weil es bei dem ja nicht weiter ging. Sogar noch kurz vor der Halbzeit. Sogar noch kurz vor der Pause war das, 40. Minute war das schon. Genau, also 40. Ja, ja. Also eigentlich hat er ja personell nicht umgestellt zur Halbzeit. Ich glaube, er meint tatsächlich eher die etwas späteren Umstellungen in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht wann, also Gindorf, glaube ich, ist sehr spät gekommen, aber vorher kam ja noch Schaub und ich glaube, er meinte Schaub. 63. Ich glaube tatsächlich, er wird auf Schaub Bezug genommen haben, als er meinte, wir haben einen Mann mehr. Genau, das war in der 63. So, aber wenn du in der 17. das Gegentor bekommst und dann halt sagst, naja, das hat irgendwie nicht gestimmt und wir haben keine Tiefe ins Spiel bekommen und wir konnten nichts nach vorne entwickeln und so. Das sind ja genau die Sachen, die man eigentlich als Trainer vorher macht. Man guckt sich eine gegnerische Mannschaft an, die kannst du dann gut machen oder die kannst du auch so machen, dass man das vielleicht nicht erwartet hat. Aber im Grunde kennst du ja als Trainer die Spieler des Gegners und weißt ungefähr, wie du da eine Tiefe entwickeln kannst und wie du das Offensivspiel so einleitest. Und wenn du merkst, es klappt nicht, dann hätte ich mir schon gewünscht, dass er sich irgendwie, dass er da mehr Lösungen sofort zur Hand hat und es dann nicht auf so ein Eigentor in der 80. rausläuft. Ich habe auch Gindorf und Moda Ma gesehen in dem Testspiel gegen Bremen und ich hätte die auf jeden Fall früher gebracht. Also es ist natürlich immer so die Sache, genau den gleichen Gedanken, was jetzt Gindorf speziell angeht, hatte ich auch im Stadion, dass ich so gedacht habe, der kommt rein und der belebt das Spiel in einer solchen Art und Weise, da ist plötzlich so ein Tempo, so ein Zug plötzlich drin, auch weil er sich glaube ich auch sehr gut zum Beispiel mit jemandem wie Teuchert versteht. Ganz oft hat man gesehen, dass die sich gegenseitig gesucht haben und auch oft gefunden haben, auch über relativ weite Distanzen. Genau, da habe ich mich auch gefragt. Es ist natürlich so, klar, wahrscheinlich weiß man auch, dass zu diesem Zeitpunkt Schalke das Spiel schon ein bisschen anders spielt, als sie es noch in der ersten Halbzeit gespielt haben, weil sie dann auch mehr Kraft hatten, weil am Ende ist man natürlich auch ein bisschen geneigter, vielleicht ein paar mehr Räume zu lassen. Das könnte das Gegenargument sein. Aber trotzdem, genau das, was du gerade sagst, denke ich auch, warum nicht doch mal so ein Spiel mit jemandem wie Gindorf von vornherein noch ein bisschen offensiver angehen? Ich meine, hier wurde jetzt offensichtlich auf Leute gesetzt, die dann halt vielleicht zum Teil wie Christiansen oder auch Ernst ein bisschen eher ein schwächeres Spiel halt in diesem Falle hatten. Und dann ist wiederum die nächste Frage, man kam jetzt ja auch schon ein bisschen zur Sprache, warum vielleicht so eine Korrektur nicht auch mal ein bisschen früher tatsächlich? Warum dann nicht merken, nach einer halben Stunde, es läuft nicht, es funktioniert nicht? Weil wenn wir sowieso eingestehen, dass wir was am System ändern wollen, dann ist es ja auch nicht schlimm, diese Korrektur mal ein bisschen früher zu machen. Da beschädigt man die Spieler nicht, sondern man sagt einfach nur etwas rechtzeitiger, nee, wir ändern was und machen das jetzt so und so. Wir ändern ja oft was und es hat auch oft gute Folgen, aber eben immer so ein bisschen, dass man denkt, ach, ein bisschen eher wäre es schöner. Gisela, wie würdest du denn jetzt das nächste Spiel angehen tatsächlich? Also wir haben ja jetzt das Derby vor der Brust. Schwierig. Auswärts, aber da wollen wir natürlich eigentlich nicht auftreten wie eine Auswärtsmannschaft, denke ich mal, oder? Definitiv nicht. Also im Prinzip offensiv. Ja. Und wie gesagt, die Auswechslungen früher vornehmen. Ansonsten, das ist wieder so eine schwierige Sache, gerade mit Braunschweig. Weil, es liegt uns nicht. Also ich würde sagen, jedenfalls so ein schönes 2 zu 1, 3 zu 1 für uns. Dann könnten wir beruhigt nach Hause fahren. Aber mit den Spielern jetzt, weiß ich nicht. Ja. Na ja, muss man gucken. Ein paar stellen sich halt quasi von selber auf. Teuchert wird mit ziemlicher Sicherheit Startaufstellung sein, weil, bevor ich sage mal, mit ziemlicher Sicherheit ausfallen wird nach seinem Ausfall, seinem Unfall quasi. Er hat ja sich irgendwas wahrscheinlich gerissen oder weiß ich noch. Da kommen wir gleich noch drauf. Kommen wir gleich nochmal zu, ja. Gisela, vielen Dank erstmal für deinen Tipp. Ja, gerne. Und danke für deinen Anruf. Und ich bedanke mich nochmal für das Weihnachtsgeschenk. Es ist zwar schon lange her, aber die Tasse ist schon gut in Gebrauch. Danke. Sehr gerne. Ist kurz nach Osten definitiv noch nicht zu spät. Naja, vorher haben wir ja nicht gesprochen. Eben. Ist stimmt. Deswegen. Freut uns, dass es dich erreicht hat, dass du auch nach Ostern daraus noch trinkst oder sie einfach nur in Ehren stehen hast. Gisela, danke für deinen Anruf und hoffentlich bald wieder. Gerne, auf jeden Fall. Ciao. Bis gut, ciao. Schönen Abend. Ciao. Und wir haben gleich zwei Leute zu begrüßen. Der nächste Anrufer ist schon in der Leitung, wird uns jetzt reingestellt. Wir begrüßen aber auch ganz herzlich in Hamburg, nehme ich mal an, jetzt wieder. Man kann es am Hintergrund unschwer erkennen, den Jens. Hallo. Hallo, ich grüße euch. Du hast das Spiel gestern, wie hast du es gesehen? Hast du das Spiel auch in vollen Zügen genossen, wie Niklas? Ich habe zwei Spiele genossen, eins im Stadion, wobei genießen nun ja, das war nämlich das HSV-Spiel gegen Lautern von vollem Haus und es gab durchaus Parallelen, weil auch der HSV dort nicht gespielt hat, wie jemand, der ernsthaft aufsteigen will und auch dort ein Gegner war, der nun eigentlich um den Abstieg kämpft und da muss man sagen, Lautern hat sogar besser gespielt als der HSV in der ersten Hälfte, waren mit mehr Engagement dabei, nur dass der HSV es dann eben hingekriegt hat, das Ding zu gewinnen, was wir nicht geschafft haben. Ja, ich habe es am Fernsehen gesehen, so richtig genießen finde ich, war das jetzt nicht. Ich, ja, es ist ein bisschen schade, muss man sagen. Also ich weiß nicht, wie ihr seht, aber das erste Tor, also zwei Sachen. Erstmal, was ich ganz beeindruckend finde, der Ue Draogo oder wie er hieß, der hat sich zum Beispiel nicht fallen lassen, als er da die Grätsche hatte. Jeder andere wäre, glaube ich, hätte das dankend angenommen, wäre er gesegelt, dann hätte es halt einen Freistoß gegeben aus 20 Meter. Im Grunde war das ja gar keine so große Chance, da waren ja genügend 96er in der Abwehr, dass der die alle aufspielt und dann auch an Zieler vorbeischießt, damit war eher nicht zu rechnen. Ich finde das ja gut, wenn einer nicht fallen will, sondern Fußball spielen will, aber was ich an der Stelle nicht so richtig dolle fand, war Zieler, ehrlich gesagt. Also ich fand, das war ein Ball, den man halten kann, Strikstrich eher auch muss. Und bei Tresoldi, den ich auch sehr schätze, das ist halt, natürlich merkt man da auch, dass er jung ist, dieses eine Ding, wo er dann so einen Kopfball versucht hat, wo er einsam und alleine vor dem Tor stand, ein bisschen abgezockter hätte er den runterfallen lassen und mit dem Fuß einfach reingeschossen. Und da wäre es sicherlich ein bisschen anders gelaufen. Zieler hat danach noch einmal sehr toll gehalten und hat danach wieder mal ein so ein Ding nach vorne abprallen lassen, wo Gott sei Dank kein Schalker war. Ja, mir fehlte ganz ehrlich beim Spiel so ein bisschen das Gefühl, die wollen es wirklich reißen. Also dieses Gefühl, was wir hatten, als noch mit Tennisbällen gespielt wurde. Da hatte man bei der Mannschaft immer das Gefühl, sie haben eine Idee, sie probieren, sie sind kreativ, sie wollen es wissen, sie haben Vertrauen. Ja. Das habe ich jetzt hier nicht so gemerkt und der Ausgleichstreffer war natürlich ein toller Spurt von Teuchert, aber ich habe mich wahnsinnig gewundert, dass der im Tor war und in der Zeitlupe hat es ja auch erklärt, warum. Ich dachte, so kann man den eigentlich gar nicht spielen. Das ist ja wahnsinnig abgezockt. Hat er ja auch nicht. Aber er hat es ja auch gar nicht so gespielt. Ja, genau. Also wo ist es hin, das schöne Spiel? Das fragen wir jetzt mal den Burkhardt. Burkhardt hat angerufen und müsste in der Leitung schon sein. Hallo, schönen guten Abend, Burkhardt. Ja, hallo, ich grüße euch. Grüß dich. Geht es dir auch so? Vermisst du auch dieses relativ schöne 96-Spiel, was wir glaube ich noch vor wenigen Wochen hier auch bewundert haben, wo man bei jedem Spiel dachte, das sieht aber alles ziemlich gut aus. Ein bisschen ist doch von dieser Leichtigkeit abhanden gekommen, oder? Was meinst du? Naja, ich bin nicht so ein Superoptimist. Der gleich bei einem Sonnenstrahl eine ganze Sonnenperiode draus macht. Ich finde schon, dass wir gegen tiefstehende Gegner Probleme bekommen. Ja, das ist richtig. Das stellen wir immer wieder fest, leider. Das ist so, ja. Ich weiß nicht unbedingt, ob es an der Einstellung, sprich von Herrn Leite liegt. Denn mir fällt auf, so wie wir offensives Pressing in unser Spiel bekommen, haben wir es leichter, Torschancen herauszuspielen. Und das offensive Pressing hat mir gegen Schalke speziell in der ersten Halbzeit gefehlt. Da haben wir viel zu tief wieder gestanden. Außerdem, wie ich schon vor Magdeburg sagte, unser kreatives Mittelfeld lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Übrigens bin ich der Meinung, beziehungsweise habe das in der Pressekonferenz nach dem Spiel gehört, die Umstellung von Herrn Leite bezog sich auf Ernst, den er in der ersten Halbzeit als LM und in der zweiten Halbzeit auf die Acht gezogen hat. Ah, also noch gar nicht auf einen Spielerwechsel, sondern einen Positionswechsel. Nein, genau. Aus diesem Grund hat er auch erzählt, dass er Ernst von Anfang an bringen wollte, damit er nach Möglichkeit möglichst früh schon im Spiel reagieren kann, umstellen kann, weil er Ernst ja verschiedene Positionen spielen kann. Ja, genau. Das war so ein bisschen die Idee, das stimmt. Aber tatsächlich habe ich auch irgendwo eine Äußerung von Leitl gehört, dass er gesagt hat, und die hat mich ein bisschen verwundert, dass er dann so etwas gesagt hat wie, wir haben 13-0 gegen Magdeburg gewonnen. Nach dem Spiel wurde ja in der Presse sehr viel darüber geredet, Mensch, wir sind variabel, wir haben hier ein ganz anderes System gespielt und das war gut. Aber dann hat er jetzt mal, meine ich, also gelesen zu haben, dass er gesagt hat, da stellt man ja nicht wieder alles um. Jetzt im nächsten Spiel. Dabei ist es ja doch ein anderes Spiel und die Frage ist, war das nicht vielleicht tatsächlich der Fehler? Also weil offensichtlich wurde dann wieder dieses, lass mal den Gegner ein bisschen machen und dann schaffen wir schon unsere Chancen, Spiel gemacht. Und wäre das, was du gerade angesprochen hast, dieses, wir gehen mehr, schneller drauf, nehmen ihn den Ball ab, wäre das nicht schlauer gewesen? Ja, ich glaube, das hat Gisela, glaube ich, noch am Anfang gesagt gehabt, dass man irgendwie schneller drauf gehen soll. Ich weiß übrigens nicht, inwiefern das jetzt clever ist, tatsächlich schon vor dem Spiel zu sagen, wir stellen nichts um, weil dann kann sich ja Schalke ziemlich gut drauf einstellen, ehrlich gesagt. Aber Niklas wollte auf jeden Fall noch was sagen. Ich weiß nicht, ob er das vorher gesagt hat oder ob er das... Achso, er hat vorher das gesagt. Vorher hat er noch gesagt, ja, es gibt nicht so richtig Grund, viel umzustellen, aber wir sind natürlich nicht so richtig in die Karten schauen lassen, aber natürlich, damit hat er ja quasi alles gesagt. Ich glaube, da drehen wir uns, glaube ich, im Kreis, weil wenn er dann, also wenn er nichts umgestellt hätte, oder wenn er nichts umstellt, dann sagen wir, warum hat er denn nicht? Und wenn er was umstellt, dann sagen wir, er hat doch so gut funktioniert, warum stellt er denn was um? Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Leiden eines jeden Trainers. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, Burkhard, du hast gesagt, und das fand ich schön, ich mache aus einem Sonnenstrahl noch lange keine Sonnenperiode. Ich finde aber, es war doch deutlich mehr als ein Sonnenstrahl dazwischendurch. Also es war zwischendurch ja wirklich mal guter Fußball. Und das ging ja auch wirklich über so ein paar Spiele. Und da waren es Kunze und Leopold im Mittelfeld, die das, finde ich, gut gemacht haben. Da haben die Abstände gestimmt. Da gab es eben diese Tiefe, die Leitl jetzt gestern vermisst hat. Und ich verstehe nicht so richtig, also abermals, so wie ich das in den letzten Jahren auch häufiger mal nicht verstanden habe, wie sowas dann abhanden kommen kann. Weil eigentlich studiert man sowas ja ein und dann läuft es irgendwann und dann verliert man das auch nicht so schnell wieder. Na gut. Ja? Ich bin da vor Magdeburg schon mal drauf eingegangen. Das sind natürlich auch noch junge Spieler. Ja. Und die haben ihre Schwankungen drin. Und Herr Leitl ist halt ein kleiner Schisser, finde ich. Sonst würde er auch mal Herrn Gindorf eher einsetzen. Mir kommt der ein bisschen zu kurz in seiner Spielzeit. Und er setzt dann lieber auf einen Ernst, der zweifelsohne in der jüngeren Vergangenheit bessere Spiele gemacht hat, aber auch eben ein eckgedienter Spieler ist und von dem erwartet er dann mehr. Ja, aber im Moment hat auch Ernst wieder ein, zwei schwächere Spiele gemacht und so hätte man es durchaus mal mit Gindorf versuchen können, zumal der ja von anderen Vereinen angefragt wird. Also das würde ich tatsächlich auch sagen, spätestens ab dem Moment, als dann Teuchert auch drin war, weil wie gesagt, das funktioniert glaube ich ganz gut mit den beiden. Ähm, 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 du wolltest noch was? Ja, was ja auf jeden Fall in diesem Spiel... Ich weiß nicht, was ich sagen möchte. Sag du mal was. Ich fiel nur auf. Mach du mal. Ne, also was mir aufgefallen ist, das war wieder ein klassisches Spiel, ich meine, wo wir gesagt haben, gegen einen tiefstehenden Gegner und der individuell natürlich eine gewisse Klasse hat. Ich meine jetzt auch hinten in der Abwehr mit Kaminski, Callas und davor Seguin, das sind natürlich auch drei Spieler, die sind individuell ziemlich gut, aber eben auch sehr robust. Und es ist richtig, ich glaube, ich weiß nicht, ob du das gerade noch gesagt hast, Burkhard oder Gisela eben noch, wir hatten eigentlich immer den Ball, den wir relativ mit einem hohen Ball nach vorne gespielt haben und da hatten wir eben Tresoldi beispielsweise, Vogelsamer auch, aber vor allem auch Tresoldi, der eben körperlich nicht ganz so krass robust ist und wir dann eben viele Zweikämpfe verloren haben. Und gerade in der ersten Halbzeit hatte ich den Eindruck, dass wir quasi gar keinen dieser ganzen entscheidenden Zweikämpfe gewonnen haben und hier würde ich mir nicht nur einen Lars Gindorf eigentlich wünschen, sondern in der zweiten Halbzeit wurde es dann auch besser, ab dem Moment, wo wir nicht mehr über die langen Bälle versucht haben zu agieren, sondern mehr über die Technik kommen wollten. Schaub ist technisch sehr viel, also ist ein sehr, sehr guter Spieler, auch sehr viel beweglicher als beispielsweise ein Vogelsamer, Tresoldi auch. Und hier würde ich mir zum Beispiel mal so einen Mo Damar wünschen oder halt irgendwann mal wieder so einen Christopher Scott, der irgendwann hoffentlich mal wieder fit ist. Aber ich glaube, dass wir dann gerade gegen solche Gegner wie Schalke, die ja doch sehr robust sind und eben voll über diese körperliche Kraft kommen, da kannst du dann nicht mit der körperlichen Kraft gegenhalten, weil dann hast du irgendwann halt 50-50 Chance, ob du aus dem gewinnst, also im Zweikampf gewinnst du auch nicht. Ich glaube, da musst du eher über die Technik kommen. Deswegen Mo Damar. Mo Damar wäre eigentlich hier für mich die Lösung, genauso wie eben auch so ein Christopher Scott, wenn er fit ist. Der ist ja nun mal wirklich leider laufend verletzt. Aber er war im Kader zumindest. Burkhard. Er wollte eventuell darauf reagieren, weil sich die Leute in der ersten Halbzeit schmielerisch nicht durchsetzen konnten. Und damit hat er dann auf das langen und weit auf den zweiten Ball des Sattang gegangen. Allerdings unterstütze ich das. Ich hatte mir gedacht, Mo Damar und Gindorf rein und eventuell Christiansen raus und Ernst raus. Das wäre meine Meinung gewesen. Aber Herr Leitl ist kein Fan davon, zur Halbzeit schon zu wechseln. Seine Wechsel sind mir sowieso immer ein bisschen suspekt. Deswegen konnte man ja auch Tresoli nicht mehr runternehmen, weil man dreimal gewechselt hatte, allerdings nur drei Spieler gebracht hat. Und dann durfte man nicht mehr wechseln. Ah, es war gar kein Wechsel mehr möglich. Ah, das ist interessant, weil man hat sich ja doch ein bisschen aufgeregt und gedacht, das kann doch nicht schlau sein, auch wenn es nur in Anführungsstrichen eine Platzwunde war, offensichtlich ja, weil es halt stark geblutet hat, wie das bei Platzwunden manchmal so ist. Da musste auch lange gearbeitet werden. Aber okay, dass er natürlich gar nicht mehr wechseln konnte. Nein, da ist ein gewisses Schema, ein gewisses Wechselschema. Ich glaube, nach dem Spiel wurde Tresoli sogar dann genäht mit fünf Stichen dort. Ich glaube, das hat ihm richtig weh getan. Du hast ja auch gesehen, als er dann verletzt da lag, das hat ihm, glaube ich, richtig weh getan. Das ging einem sehr nah. Also ich hätte lieber mit zehn Mann weitergespielt, ganz ehrlich. Ja. Ja. Ja, das ist so. Wahrscheinlich hast du recht. Gerade bei Kopfverletzungen muss man, glaube ich, echt aufpassen. Und ich meine, der Wechsel täuscht für Vogelsammer, um darauf nochmal zurückzukommen, war natürlich auch so eine Sache. Ich habe tatsächlich in der ersten Halbzeit mir schon sehr früh gewünscht, nimm Vogelsammer raus, bring Teuchert. Allerdings natürlich nicht auf Kosten einer Verletzung, dass das dann dadurch... Vogelsammer hat auch gleich in der zweiten Minute Geld bekommen, ne? Auch, ne? Ja. Ich glaube, der war auch sehr, sehr schnell vorbelastet, ne? Ja, auch noch so ein Ding. Und Gindorf, da würde ich mich Burkhard auch wirklich nochmal sehr anschließen. Also ich finde, er macht halt auch einfach jedes Mal, wenn man ihn auf dem Platz erlebt, jetzt bislang, macht er einfach einen unbekümmerten Eindruck. Und ich glaube, viel mehr braucht man doch nicht als junger Spieler, wenn man das Gefühl hat, okay, diese Last ist vielleicht gar nicht so die große Last für ihn, da jetzt in der ersten Liga mit sich durchzusetzen, dann bringt ihn doch auch mal früher. Also es wäre jetzt, wäre es was für Braunschweig? Was sagst du, Burkhard? Und noch dazu gesagt bei Gindorf, dass er nicht auf seiner optimalen Position spielt. Ah. Das ist ja immer noch, Trainer stellen gerne junge Leute auf, bringen sie dann aber nicht auf ihre optimalen Positionen, sondern mehr als Notlage auf einer nicht so gewohnten Position. Mhm. Ja, denn seine gewohnte Position ist ja eher die 10. Aber gut, wir haben natürlich, es ist natürlich so, Leitl muss ja eine Mannschaft aufstellen und nicht versuchen, den Spieler Gindorf bestmöglich zu fördern. Das ist jetzt natürlich nicht seine Hauptaufgabe. Wobei er das natürlich bei allen Spielern irgendwie machen muss. Ich glaube, für Ernst zum Beispiel ist auch die 10 die beste Position. Ja. Und er hat als jetzt hier Hannover diese überragende Phase hatte mit den Siegen gegen Nürnberg, Fürth, Rostock, Hamburg, hat ja auch, glaube ich, Ernst weite Teile auf der 10 gespielt, hatte viel mehr kreativen Freiraum und jetzt seit ein paar Spielen ihm nicht mehr. Jetzt wurde er sogar ganz links als linker Außenverteidiger in der Fünferkette quasi noch reingebracht, aber dadurch fehlte so ein bisschen der Zug. Ich könnte mir übrigens auch vorstellen, dass dadurch, dass er auf der 10 gar nicht viel ändern will, aber dass er eben jetzt beim nächsten Spiel gegen die Blau-Gelben links wieder dem hinstellen wird, für Ernst. Ich glaube, für Ernst könnte es eng werden wieder für die Startelf. Da gehe ich von aus. Ja, für Braunschweig, wie gesagt, hochpressen, eine gute Restverteidigung aufstellen und den Angstbolzen aus der Hose nehmen, den wir meistens gegen die Blau-Gelben drin haben. Ja, aber in den Spiel haben wir sogar noch gewonnen, 2-0, ne? Ich glaube, Ja, da gut, das war, da hätte man 6-0 gewinnen können. Müssen fast, müssen. Da hat Kunze, glaube ich, ein Tor gemacht und dann das zweite von Halstenberg war ein Elfmeter, glaube ich. Kunze würde ich allerdings auch annehmen. Ja, also das, ja, stimmt, Kunze, wie genau, das wollte ich auch noch fragen, wie hat dir eigentlich Christiansen gefallen? Nicht nur jetzt gegen Schalke, sondern auch davor gegen Magdeburg. In Magdeburg hat er mir gut gefallen, obwohl ich nicht so ein Freund bin, weil er mir viel zu langsam ist, aber gegen Schalke konnte man nur getrost auswechseln, sage ich mal, ohne dass man was verkehrt gemacht hat. Ich habe gegen Magdeburg immer gedacht, warum nimmt Leitli ihn nicht raus, weil er hat ja dann auch relativ zügig eine gelbe Karte bekommen und ich hatte irgendwie die ganze Zeit Sorge, weil auf der 6er bist du ja der Abräumer vor der Abwehr und da ziehst du am ehesten mal ein taktisches Foul und da hatte ich die ganze Zeit die Sorge, weil er kann dieses taktische Foul nicht mehr machen, weil er sonst ja die Mannschaft schwächt. Deswegen habe ich dann immer gedacht, boah, nimm ihn doch einfach ein bisschen früher runter und ich glaube, er hat sogar durchgespielt gegen Magdeburg, oder? Ja, die Sorge hatte ich allerdings auch, aber Magdeburg war halt nicht so der starke Gegner. Das stimmt. Den Tag, den Tag. Das stimmt. Jens, wie hat dir denn eigentlich Christiansen gefallen? Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Ich fand Christiansen auch schwach, er hatte auch so Fernglüsse probiert, die eigentlich völlig ungefährlich waren und ich sehe das auch so, das wäre jemand gewesen, den ich auch zwischendurch dann mal ausgewechselt hätte. Was die andere Sache angeht, ich hatte übrigens bei Vogelsammer eher die Sorge, dass er hier mit Gelb-Rot von Platz 2 ist. absolut. Also der hat sich ja so schnell die erste Gelbe gefangen und ein Schiedsrichter, der so früh eine Gelbe gibt, der gibt dann auch mal eine Gelb-Rote. Aber gut, das ist ja dann aus anderen Gründen musste er ja runter. Ich fand übrigens den Schiedsrichter, jetzt, daran lag es nicht, aber der hat schon relativ viel robustes Spiel auch zugelassen von den Schalkern. Also er war nicht, dass man das Gefühl hat, er war jetzt nur ein 96-Fan, sagen wir es mal so. Nee. Ich habe auch zwischendurch gedacht, den einen, also das hat Nielsen im Strafraum da diesen Tritt bekommt, da habe ich gedacht, also ich finde okay, dass er ihn nicht pfeift, aber da wurde schon ganz schön gestochert und ich habe dafür auch schon mal Elfmeter gesehen. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist nicht so, dass man ihn nicht pfeifen kann. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Da hat es schon für wenige Elfmeter gegeben, das war ein klarer Elber. Wenn auch erst zum Abschluss der Situation, man konnte es aber sehen in der Zeitlufe, hat da hinten Nielsen die Ferse weggerissen, an der Ferse getroffen und dadurch ins Schluren gebracht. Ja, ich weiß nicht, ob Nielsen halt irgendwie durchs Fallen oder sowas ein bisschen zu viel draus gemacht hat, weshalb dann irgendwie... Vorher, ja. Nielsen fällt immer etwas zu offensichtlich, das ist so ein bisschen das Problem. Ich war mal Stürmer, also ich sehe das ein bisschen anders. Ja, ja gut, als Stürmer suchst du ja eigentlich auch den Kontakt, ne, im Strafraum. Wenn du siehst, du kommst nicht frei zum Schuss, dann suchst du vielleicht den Kontakt. Musst du ja. Entweder zieht der Verteidiger durch oder er lässt sich durch. Genau. Das ist so. Ja, exakt. Ganz zum Abschluss noch, da wollen wir gleich deinen Tipp haben, Burkhardt auch. Ja. Die letzten zehn Minuten, die haben dann eigentlich einem sehr, sehr gut gefallen, oder? Also da war doch eigentlich durchaus noch das Torner Luft, die Verletzung von Tresol, die hat halt da so ein bisschen Schwung rausgebracht, aber zuhaub hat ja auch noch wirklich eine richtig gute Möglichkeit. Man hatte so den Eindruck, dass Hannover dann will, auch durch die Ecken, ne? Ach, das wollte ich übrigens noch sagen. Auch ein Beispiel dafür, dass sich so ein bisschen was verändert hat, ein bisschen was verschoben hat. Aber es ist noch nicht wenige Wochen, also es ist wirklich nur ein paar Wochen her, dass wir hier gesagt haben, Mensch, Ecken können wir jetzt wieder. Es klappt alles. Die macht jetzt der Leopold. Stimmt. In diesem Spiel hatte man plötzlich wieder das Gefühl, um mich herum schon alles so, oh, wieder der Leopold, oh, wieder so eine scheiß Ecke. Stimmt. Das war alles wieder wie früher. Moment, Moment, Moment. Eigentlich ist Leopold gesetzt als guter Eckenschütze. Hat jetzt im Spiel tatsächlich gestern nicht so richtig funktioniert, allerdings leider. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht auch wieder... In der guten Phase, also wo wir die guten Phasen hatten mit den Ecken, hat natürlich Leopold und natürlich aber auch Köhn die Ecken getreten. Also von Köhn kamen ja auch noch einige echt gute Dinger rein. Ja, wobei es war schon sehr konkret, als Köhn weg war, dass wir gesagt haben, Mensch, gar nicht so schlimm, dass Köhn jetzt weg ist, weil wir mit Leopold offensichtlich jemanden haben, der das fast genauso gut hinkriegt. Das stimmt. Also das will ich schon bestehen haben, dass wir hier eigentlich... Und es ist wirklich erst ein paar Wochen her. Das ist so. Vielleicht sollte man sich mal wieder einen zweiten suchen, der das auch kann. Noch einen? Vielleicht, vielleicht ja Ezee. Ich meine, Ezee ist ja nun wirklich sehr dicht dran. Wenn der sich jetzt nicht irgendwie... Ich glaube, der hat sich irgendwie im Training oder sowas jetzt verletzt gehabt vor dem Spiel. Oder Niklas, weißt du da mehr? Ich glaube, Ezee hat sich im Training verletzt, ne? Vor dem Spiel. Also er war jetzt fast nicht... Ich habe auch so etwas gelesen zu haben, aber ich bin... Ja, ich bin... Keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr genau. Aber ich glaube, Ezee ist an sich relativ dicht dran. Vielleicht kann der ja Ecken treten. Weiß ich ja nicht. Vielleicht, vielleicht kann der das ja. Ja, bestimmt. Die letzten... Achso, Entschuldigung. Nee, bitte. Du ruhig. Bitte. Die letzten zehn Minuten waren natürlich besser, weil es auch so ein bisschen, ich sage mal, in Anführungsstrichen vorgewählt, ne? Weil dann werden alle Hemmungen über Bord geworfen, das Tor ist gefallen, dann können wir noch mehr Gas geben und dann sieht das... Und Schalke beriet immer mehr ins Schwimmen. Das stimmt. Und dann kann man natürlich auch besser spielen, ne? Also, wenn Sie das über ein ganzes 90 Minuten bringen, dann spielen wir Erste Liga. Ja, ja. Aber nochmal darauf zurückzukommen, für mich ist Zweite Liga durchaus ausreichend. Es ist auch durchaus attraktiv. Es ist auch nicht unattraktiv, ich sage mal so, wenn nicht die Anschlusszeiten wären. Die Anschlusszeiten sind schwierig, aber jetzt zum Beispiel Hamburg gegen Heiserslautern finde ich auch wesentlich interessanter als jetzt irgendwie die viele, viele andere Partien der Ersten Liga, ne? Gucke ich mir viel lieber an. Das ist schon auch emotionaler, macht schon mehr Spaß. Vor allen Dingen bei unserer Sparpolitik. Ich will nochmal kurz gleich von dir auch so eine Aufstellung haben. Gerade im Sturm könnte sich auch einiges tun bei Hannover. Und es haben sich ja jetzt aber im Spiel gegen die Schalker zwei Spieler verletzt, nämlich einmal Vogelsammer, aber auch Tresoldi. Und wir haben auch da natürlich noch ein Statement aus der Pressekonferenz von nach dem Spiel, wo Stefan Leitl so ein kurzes Update gibt zu den Verletzten. Und vielleicht können wir auch das mal ganz kurz abspielen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Vogel tatsächlich eine Muskelverletzung hat. Das ging auf jeden Fall nicht mehr. Wir werden natürlich da die Untersuchung abwarten müssen. Bei Nicolo war es dann schon etwas spezieller. Der hat einen Cut am Kopf gehabt und wirklich sehr stark geblutet. Aber wollte dann unbedingt nochmal rein. Ja, wir werden jetzt sehen, wie sich es bei ihm dann die nächsten Tage dann auch entwickeln. Aber für Vogel glaube ich, ist zumindest das nächste Spiel mal nicht möglich. Ich glaube, für Vogelsammer wird es schwer beim nächsten Spiel. Bei Tresoldi mal gucken. Tresoldi gehe ich von aus, wenn er keine Gehirnerschütterung hat, dass er spielt. Ich denke auch. Auch Leopold hat übrigens auch noch einen auf die Fersen bekommen. Hat irgendwie so eine Kapselverletzung im Fuß. Aber da scheint es wohl auch so zu gehen, dass der wieder spielt. Der wird jetzt so langsam wieder in so einem Belastungstraining sein. Übrigens Vogelsammer auch. Also auf Vogelsammer wird quasi die Belastung immer so ein bisschen an die Schmerzen angepasst. Also ab dem Moment, wo er dann so ein paar Schmerzen verspürt, wird die Intensität wieder rausgenommen. Also es ist noch nicht hundertprozentig gesagt, dass er nicht dabei ist. Aber es ist natürlich eng. Ich habe gerade, gerade kam die Meldung, dass also vor zwölf Minuten hat der hat der Kicker vermeldet, dass Vogelsammer auf keinen Fall dabei ist. Gut. Dass er eine Muskelverletzung hat und dass er Sonntag auf jeden Fall fehlt. Okay. Deswegen jetzt natürlich die Frage, Burkhard, wie würdest du denn gerade die Offensive mal aufstellen? Vielleicht auch ein bisschen mehr Schwung reinzukriegen. Also ich würde durchaus mit Tresoldi und wenn Tresoldi spielt, ist mit Tresoldi spielen. Und auf der 10? Und auf der 10 würde ich Gindorf aufstellen. Ja. Ja, das konnte man raushören. Ich würde durchaus auch überlegen, Moda Mar aufzustellen im Mittelfeld. Kunze. Warte mal, wer ist denn jetzt noch da? Da muss ich immer erst gucken bei mir. Aber ich habe jetzt nicht... Vielleicht noch ein Louis Schaub? Schaub? Gut, dann wird es mit Gindorf auf der 10 schlecht. Ja, wobei Schaub könnte ja eventuell auf so einer Achterposition, so einen dahinter. Wenn jetzt Leitl angenommen wieder gegen die Blau-Gelben mit einer Raute spielen will und ganz vorne Gindorf mit einer Raute hat, dann hatten wir auf der 6 Kunze. Wen hatten wir noch? Damar und dann eben Schaub. Damit hätte er natürlich dann sehr viel Technik wieder. Ach so, Leopold. Leopold, ja, stimmt. Da fehlt natürlich auch noch. Ja, also ja. Ja, also so viel. Und leider wird, ich meine, nach dem Magdeburg-Spiel wird der Herrn Dehm wieder einsetzen. Sonst hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, dass EZ da mal anfängt. Ja. Aber wichtig... Ja, von Anfang ist es vielleicht noch zu früh, aber vielleicht kommt er, wenn er wieder im Kader sein kann, dann kommt es vielleicht wieder zu einem Einsatz. Das wäre zumindest möglich. Ja, fast noch wichtiger in diesem Spiel, finde ich, die Einstellung. Ja. Und Einstellung als die Personen selbst. Mhm. Weil Braunschweig wird brutal zur Sache gehen, denke ich. Also ich meine das jetzt nicht, Verletzungen in Kauf nehmen, sondern die werden richtig ackern, denke ich. Ja, ja. Ich glaube, für die kommt das Derby auch genau zur richtigen Zeit. Ja. Weil es geht für die wirklich um alles. Die wollen nicht absteigen, die haben 30 Punkte, da unten ist es verdammt eng. Magdeburg ist auf Platz 12 mit 32 Punkten, die sind nur zwei Punkte weg. Und vor allem, mittlerweile muss man auch wieder Osnabrück richtig ernst nehmen, die sind nur noch sechs Punkte weg von dem Relegationsplatz. Also wenn sie jetzt das nächste Spiel mal gewinnen, dann wird es auch nochmal richtig heiß. Und auch bei Kaiserslautern hast du auch gesehen, dass die gegen Hamburg, wie Jens es gerade schon gesagt hat, die haben richtig gut gespielt gegen Hamburg. Also auch die können dieses Spiel durchaus, das nächste Spiel auch gewinnen. Also deswegen, das Derby kommt für die Blau-Gelben genau zur richtigen Zeit. Die haben sehr gut gespielt, Kaiserslautern in Hamburg. Ich habe das Spiel auch gesehen. Ich kann leider nur noch am Fernsehen gucken, aber so gewisse Dinge kann man da ja auch ausziehen. Ja, gib uns mal deinen Tipp jetzt für das Spiel gegen Braunschweig. Unabhängig davon, dass wir hoffen, dass so aufgestellt, vielleicht so aufgestellt wird, wie du gesagt hast. Aber was glaubst du denn, wie es ausgeht? Ja, gegen Magdeburg hatte ich 2-0 für uns getippt, da haben wir 3-0 gespielt. Gegen Braunschweig tippe ich immer einen Sieg. Das geht gar nicht anders. Ich bin 63 Jahre roter, also immer einen Sieg. Jawohl. Und wie hoch gewinnen wir? 1-2. 1-2, wie Gisela. Ja. Okay. Aber es schon klappt dann, ne? Also warum tippst du nicht höher? Das wird immer ein enges Spiel normalerweise. Wie gesagt, selbst ich will keinen unterbrechen. Selbst beim Hinspiel war es ja eigentlich ergebnistechnisch knapper, als eigentlich das Spielverlauf es hergegeben hätte. Ja, genau. Wie du gerade schon gesagt hast, hätten wir eigentlich auch 5-0 oder 6-0 gewinnen können. Aber gut, wir haben auf jeden Fall deinen Tipp, Burkhard. Dann vielen, vielen Dank dafür. Danke für den Anruf. Danke euch. Einen schönen Abend und wir freuen uns, wenn wir wieder von dir hören. Okay. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Darf ich euch zwischendurch was fragen zum Thema, was uns wirklich interessiert, nämlich der Optik. Kriegt ihr denn noch Geld von Brain House 247? Weil das Trikot liegt da noch so gut sichtbar. Ich wollte da jetzt auch drauf eingehen. Ich wollte jetzt mit unserem nächsten Anrufer auch endlich die wirklich wichtigen Themen ansprechen, nämlich das Ü. Das Ü auf dem Trikot, das neue und wir haben uns gesagt, das ist ja jetzt alles ganz neu und die haben das im Spiel auch irgendwie so provisorisch sich da irgendwie glaube ich drauf getackert. Ich glaube, R&B ist es nach vier Minuten abgefallen, der hat dann weiter für Brain House gespielt, deswegen hat er auch die Anbindung an die Mannschaft nicht gehabt, weil er dachte, Moment, die haben ja andere Trikots an. Und das hat sich in den Trikots gespielt, ja. Ümo heißt das neue Logo. Ümo heißt das neue Logo. Ja, wir nennen es einfach nur Ü, deswegen geben sie es nach. So sieht es aus, ja. Deswegen bauen wir uns das jetzt hier auch schnell selber, genau wie 96 das gemacht hat. Ja. Ein breites grünes Grinsen. Übrigens, das Ding tatsächlich nur Sponsor bis zum Ende der Saison. Danach wird gesucht, wird geschaut, wer zur nächsten Saison kommt. Und ich glaube, rund 150.000 Euro kriegt Hannover noch dafür. 300.000? Ne, 300.000 hätten sie noch vom Brain House bekommen. Ne, ich bin mir relativ sicher. Ja? Okay, das kann auch sein. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, sage ich mal so, vielleicht stimmt das nicht, aber ich meine in der Zeitung heute stand definitiv 300.000 Euro ist das Geld, was wir jetzt von der Östra kriegen für diese letzten... Umso besser. Und bei Kicker steht, also 96 soll er 1,5 Millionen pro Jahr bekommen vom Brain House und es sei in dieser Saison nichts gezahlt worden. Ne. Kind hat aber gleichzeitig gesagt, insolvent sind sie nicht, was auch interessant ist. Das klingt ein bisschen nach unserem Wirtschaftsminister. Sie zahlen nicht, aber sind nicht insolvent. Na gut. Ich finde dieses neue Logo übrigens interessant. Ich habe es ja nicht mitbekommen im Vorfeld und ich dachte die ganze Zeit, das ist das alte Pui-Logo, was zu viel gegessen hat am Buffet und dann ist ihm schwäch geworden. Irgendwie sich den Mund zu Feuer geschlagen hat mit irgendwas, genau. Ne, aber deswegen, wir sind jetzt Gott sei Dank verbunden mit unserem Mode-Experten Nick, der uns dazu jetzt auch mal kurz eine Einschätzung geben kann. Nick, wie gefällt dir denn das Ü-Mo? Erstmal hallo in die Runde. Moin. Hallo. Das erinnert mich so ein bisschen an Ghostbusters, die Fratze vom Slimer. Ah, stimmt. Stimmt. Ja. Na ja, so haben wir ja gestern auch gespielt. Stimmt. Ja, aber, ja, das heißt, wenn der Gegner hinterher sagt, he's like me, dann wäre es gut, aber das war ja leider nicht der Fall. Ja, ich habe aber auch irgendwie gelesen, also gut, ich habe die Pressekonferenz heute nicht verfolgt, aber ich habe irgendwie gelesen, das ist vielleicht sogar komplett alt. Nö, ja, das können wir gleich auch noch machen. Dann können wir das gleich hier draufkleben, nämlich. Ne, ich wollte das natürlich deinem Trikot hier verpassen, dir das verpassen. Ach so, mir wollte es verpassen, aber eins brauchen wir noch für das offizielle Trikot, damit wir wissen, so sieht es ja nun nicht mehr aus. Na gut, ich mache noch eins, ja. Eins brauchen wir noch. Ja, Nick, red ruhig weiter, lass dich nicht stören von unseren kleinen... Also, ich habe gesagt, das Spiel, da sage ich ganz ehrlich, Katastrophe bis hin, würde ich sagen, grenzt schon an Peinlichkeit. Ah, ich wusste nicht, welche Vokabel du verwendest, Katastrophe war klar, aber jetzt war ich nicht klar, ob Arbeitsverweigerung oder Peinlichkeit. Na ja. Nein, also, dann hatte man ja... Sollten ein Trinkspiel machen mit nichts anrufen. Ey, wir werden vorbereitet. Ja. Ich erinnere nur, als Roja ein Sechzehner gespielt hat zu Nielsen. So, Nielsen wollte sich da irgendwie drehen und dann liegt Fresoldi irgendwie Nielsen in die Füße. Da habe ich mir doch gesagt, ey, Leute, euer Ernst. Ja. Auch das 1-0 für Schalke, da frage ich mich, warum geht der Halsberg da nicht hin und zieht, statt abzubremsen. Also, hätte er eine Grätsche oder sein Bein reingehalten, dann hätte er den Ball blocken können, aber er hat ja gar keine Anstalten gemacht, da irgendwie auch noch hinzugehen. So, jetzt haben wir hier... Schöner hat Hannover 96 das bis jetzt auch nicht gemacht. Das offizielle Trikot ist neu, so sieht's aus. So sieht's aus, genau. Übrigens nicht im Fanshop erhältlich. Es wurde extra gesagt... Naja, in der Version eventuell schon. Das ist ein einmaliges Produkt, aber es wurde extra gesagt, es ist nicht im Fanshop erhältlich. Ich leg's mal wieder hier rüber. Also, wenn du die Mitarbeiter ganz lieb bittet und sie so einen grünen Marker haben, es dauert nicht wahnsinnig lange, das sich zu bauen. Es sieht totschick aus. Es scheint auch sehr schnell zu gehen, das da raufzupacken. Auch wie das Original, ja. Weißt du? Mit so einer Leistung wie gestern, hin oder her, dass wir jetzt zwölf Heimspiele ungeschlagen sind. Ich glaub, das ist Liga-Bestwert. So brauchen wir am kommenden Wochenende nicht im Derby auftreten. Da geht einer auf zwölf, ganz ehrlich. Ja, wie gesagt, gegen die Blau-Gelben im Derby wird's wirklich schwer. Und vor allem sieht man ja eben auch, dass die Konkurrenz ja wirklich gerade davonzieht. Düsseldorf hat jetzt vier Siege in Folge. Kiel auch. Kiel ist sowieso weg. Also ich glaube, niemand redet mehr hier irgendwie vom zweiten Platz. Nur noch alle schielen so ein bisschen auf den dritten. Das Problem ist, hätte man, da bleibe ich bei, hätte man gegen Wiesbaden, gewonnen, gegen Elversberg, gegen Kaiserslautern, dann würden wir weit vor Hamburg stehen, sogar, glaube ich, auf dem zweiten Platz, wenn ich jetzt richtig rechne. Ja. Und ich bleibe dabei, die Mannschaft kann einfach nicht damit umgehen, wenn sie die Chance hat, mal im Tableau hochzugehen, kann sie einfach nicht. Hannover hat so... Aber das wäre ja, Entschuldigung, ich wollte nur ganz kurz, das wäre ja noch mehr ein Argument zu sagen, ja dann lass doch mal den Gindorf tatsächlich spielen, der wahrscheinlich am ehesten mit dieser Unbekümmertheit da rangeht, weil der jetzt noch nicht so diese Last so die ganze Zeit schon überhaupt schon so spielt. Also, ne, sprich doch noch mehr dafür. Aber ich stimme dir zu, ob Jan Hufer... Nick, das sagt, kann man das sagen, wir sind das Dortmund der zweiten Liga, nicht? Immer wenn eine Chance da ist, vergucken wir es. Guck mal, Dortmund ist auch fünfter Dortmund, ne? Vielleicht sind da aber auch wirklich die Ansprüche, also ich meine, Jens, du hast gerade schon aus dem Kickerartikel da zitiert, ne? Martin Kind tut ja auch alles dafür, dass wir eben in der zweiten Liga bleiben, weil immer wenn du sagst, die zweite Liga ist wirtschaftlicher Selbstmord und das war eine Fehlinvestition, dass ich da bei 96 zu viel gemacht habe und warum können wir da nicht mal aufsteigen und so. Wenn du mit der Ungeduld da rangehst und gar keine Lust hast in dieser Liga, die ja durchaus auch reizvoll sein kann und ist irgendwie, wenn du da so rangehst und immer nur sagst, wir wollen aufsteigen, wir wollen aufsteigen, dann nimmst du auch den Jungen die Leichtigkeit. Also selbst wenn man dann sagen würde, so ein Gindorf, der spürt das doch auch, also der weiß doch auch, was da los ist. Aber es ist natürlich, in der zweiten Mannschaft funktioniert, ne? In der zweiten Mannschaft funktioniert. Ich meine, da reden ja auch mittlerweile alle irgendwie, wir wollen gerne aufsteigen. Gestern war Markus Mann im Sportclub, glaube ich, vom NDR und da hat er auch gesagt, ja, also wir wollen irgendwie tatsächlich der zweiten Mannschaft auch die Möglichkeit geben aufzusteigen und Daniel Stendl hat auch in einem Interview danach, nach dem Spiel gesagt, nach dem letzten Sieg, ich glaube, 4-0 haben die jetzt gewonnen wieder, auch gesagt, ja, irgendwie so dieser Aufstieg, das wäre schon insgesamt schon eine tolle Sache, auch für die Jungs. Ja, das Problem ist, das ist das, was ich immer wieder sage, hin oder her, das Kind mal 96 geholfen hat, diese ganzen Querelen außerhalb, dann er fordert immer den Aufstieg und redet davon, aber gleichzeitig will er den Etat bezüglich Gehalt kürzen, ja, wir willst ihn dann nach Hannover holen, da wird doch keiner sagen, ja, komm, ich wechsle zu euch. Also das sind so Sachen, die widersprechen sich ja in sich schon. Und ich glaube, das ist auch ein Problem bei der Verlängerung mit Deutschland. Aber ja, was du weiter? Ich finde es tatsächlich nicht, ich finde nicht, dass Gehalt und Aufstiegsmöglichkeiten so in Einklang stehen müssen, sondern du kannst auch, wenn du eine gute Stimmung erzeugst und sagst, also mit anderen Anreizen kommst, das muss nicht nur das Geld sein, dann klappt das auch, glaube ich, oder dann kann das auch klappen. Aber so wie es jetzt ist, also dieser Druck und halt die Sparmassern, da gebe ich dir recht, das ist halt zu viel. Aber Niklas, ich sage mal, heute ist nicht mehr andere Ambiente, sage ich mal, wo man einem mit Doktor zählt, wirklich das Geld. Das sind auch ganz wenige, die wirklich sagen, okay, Geld ist mir egal. Das ist wirklich ganz, ganz wenige geworden. Klar, ich meine, alle müssen natürlich irgendwie über Wasser bleiben, wobei ich glaube auch, dass in Hannover das durchaus möglich ist, wenn ich jetzt so sehe, dass doch nur noch 30.000 pro Monat bezahlt werden, würde ich sagen, man kommt wohl durch. Ja, zumal ich bin ganz ehrlich, 30.000, da würde jeder von uns, wie ihr, der würde sich darüber freuen, wenn er so einen Monat gehalten hätte. Ich würde mich darüber freuen, ist richtig, Nick, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, erstens ist es das und zweitens, dann musst du auch Spieler holen, die der Trainer vielleicht auch haben möchte. Und das ist auch noch so ein Kernproblem bei 96 seit Jahren, sei es bei Slomka gewesen, sei es bei Zimmermann gewesen, sei es bei Kutscher gewesen. Die haben eine gewisse Vorstellung von Spielern, die sie gerne haben. Und dann kommt ein Kind und sagt, nee, ist so teuer, nee, dann holen wir lieber den, den. Ja, dann kannst du auch nicht irgendwelche Ziele stecken. Naja, das finde ich, das ist natürlich meiner Meinung nach die völlig falsche Einstellung, weil ganz ehrlich, das, was du jetzt da sagst, das haben, glaube ich, ehrlich gesagt, genug Vereine in der zweiten Liga in den vergangenen Jahren vorgeführt, dass das nicht funktioniert, dass mit Geld sich den Aufstieg irgendwie sichern. Also HSV ist da ein berätes Beispiel und auch noch einige andere. Also das System Aufstieg aus der zweiten Liga funktioniert viel besser, wie man sieht, durch langjährige Arbeit und in Vereinen, die sich jetzt nicht irgendwie im Vorfeld irgendwie die ganz teuren Spieler da alle geholt haben, sondern das sind halt, Leitl hat es selber mit einem Verein mal geschafft und jetzt gerade St. Pauli und Kiel sind jetzt auch nicht die Vereine, die sich am Anfang der Saison irgendwie für dickes Geld da ordentlich, also sprich, es ist vielleicht möglich, was du sagst. Oder letztes Jahr Heidenheim, ne? Bitte? Heidenheim. Aber es ist halt viel zu teuer. Auch immer noch. Das, was du gerade vorschlägst, oder der Weg, den du hier propagierst, ist, glaube ich, und da würde ich sofort Kind zustimmen, wenn er das wahrscheinlich sagt, der ist zu teuer, um dieses Risiko einzugehen, weil die Sicherheit, dass es tatsächlich klappt, hast du ja trotzdem nicht. Ich meine, guck dir die Bayern im Augenblick an, die haben auch eine super teure Mannschaft, trotzdem reißen sie in dieser Saison wenig. Also sprich... Nee, es geht ja gar nicht ums Finanzielle, es geht sondern darum, dass man Spieler haben wollte, die 96 durchaus auch bereit gewesen wären zu zahlen, nur dass dann ein Kind sagt, nee, den Spieler möchte ich nicht, weil der ist von der und der, nee, nicht gut. Und das ist auch kein Geheimnis. Das weiß fast jeder, der sich mal mit Slomka oder so unterhalten hat. Also das ist definitiv auch kein Geheimnis. Und ich denke mal, da muss 96 dran arbeiten. Wenn man wirklich irgendeinen Aufstieg spielen will, kann man andererseits aber nicht einen Sparkurs anfahren. Und damit hat Kind sich schon mal ein Eigentor geschossen, weil... Ich glaube nur, im Augenblick haben wir relativ viele Spieler, die wir so einigermaßen haben wollten. Und wir haben mit Markus Mann jemanden, bei dem wir auch das Gefühl haben, der kriegt schon einen ganz guten Mittelweg hin zwischen diesem, wir wollen nicht zu viel Geld ausgeben, aber wir wollen auch nicht nur Leute holen, die keiner haben will, sondern der ist schon ganz gut eigentlich in dieser Position. Ja, ja, das ist ja auch richtig. Aber das Problem ist, wer gibt denen vor, wie viel er ausgeben darf. Das ist nämlich der andere Punkt. Ja, das ist... Wenn man sich bei uns mal anguckt, diese vier Siege in Folge, da haben die doch im Fußball gespielt, wo wir alle gesagt haben, ja, so ist es. Das macht Spaß. Und das war die Mannschaft. Also im Grunde kann man doch sagen, eigentlich könnten Sie es. Dann kann man die Frage stellen, woran liegt es, dass Sie es nicht auf den Platz bringen? Ich kann das natürlich nicht beurteilen. Aber am Spielermaterial, in Anführungsstrichen, also an den Menschen scheint es ja per se nicht zu liegen. Ja, wobei natürlich tatsächlich genau die beständigkeit, ich glaube, so wenig Ahnung ich immer wieder behaupte zu haben, aber die Beständigkeit eines Spielers, dass er relativ wenig Schwächephasen in seiner Karriere hat, das ist natürlich gerade etwas, was mit Qualität zu tun hat. Also ich glaube, es ist für eine Mannschaft wie Hannover 96 relativ normal, gerade aufgrund unserer Gehaltsdimensionen, dass wir halt Spieler haben, die gut sind, aber die nicht jede Woche garantiert super gut sind, weil sonst wären sie schon bei anderen Vereinen, sonst wären sie in der ersten Liga. Sie müssen halt so gut sein, dass man mit ihnen gut arbeiten kann und hoffentlich möglichst oft durch eine gute Mannschaftsleistung dann das vielleicht auch mal ein paar Spieler ausgleichen, wenn ein anderer Spieler mal vielleicht nicht so guten Tag hat. Das ist halt immer besser natürlich. Aber ich glaube, du kannst es nur so auf dem Wege machen. Du musst eben damit leben, dass Spieler auch mal einen schlechten Tag haben. Aber es liegt natürlich auch immer an den gegnerischen Spielern. Und jetzt sehen wir diese richtig gute Phase, die wir hatten, Jens, die du angesprochen hast, diese vier Siege in Folge, die hatten wir gegen HSV, unmittelbarer Konkurrent, die hatten wir aber eben auch gegen Fürth, damals auch noch unmittelbarer Konkurrent. Auch Nürnberg hat sich in dieser Phase da relativ weit oben mitbewegt, nur Rostock war quasi die Ausnahme, die war relativ weit unten. Aber ansonsten, das waren quasi alles Mannschaften, die relativ weit oben waren, die mitgespielt haben und da konnten wir es eben. Aber jetzt, Schalke ist eben eine Mannschaft, die auch qualitativ gut ist, die aber ganz weit unten stehen und sich voll reinmauern, wo wir jetzt sogar echt von Glück reden müssen, glücklich sein müssen, dass wir da noch einen Punkt überhaupt hier lassen konnten. Also daran liegt es natürlich auch, immer an den Gegnern halt. Wie viel lassen die zu? Vor allem, ich frage mich, das ist mir gestern aufgefallen, wir haben ja erst mit Dreierkette gespielt und ich habe schon in den ersten fünf Minuten gesehen, dass das überhaupt nicht funktioniert. Und da habe ich dann auch gesagt, ich so, was macht Leitl da gerade gegen Schalke, wo man weiß, sind auswärts schwach, die Schwächste der Liga. Warum lasse ich sie dann, warum spiele ich dann mit einer Dreierkette? Weil man wusste ja, dass Schalke eine Mannschaft ist, gerade Karel Gerritz, der macht es gerne, immer schön auf Pressing. Diese Formation war für die erste Hälfte, auf Deutsch gesagt, vor den Arsch. Das hat man von der ersten Minute angesehen, dass Schalke genau das gewollt hat. In der zweiten Hälfte wurde es dann ansatzweise, mit der Umstellung auf Viererkette, wurde es dann besser. Aber auch da hat Schalke natürlich, muss man einfach anerkennen, die Räume gut dicht gemacht. Man muss natürlich auch mal ein Glück haben, dass Paul Segui in seinen Fuß da reinhält und den Ball natürlich dementsprechend noch gut für uns abgefälscht hat. Aber das kann nicht der Anspruch sein, gegen schwächere Gegner nur ein Unentschieden rausholen. Natürlich. Nein, das ist so. Und du kannst nicht sagen, mit dem Aufstieg hat es nicht geklappt, weil Wiesbaden hat doch echt ein gutes Spiel gegen uns gemacht. Oder Osnabrück. Oder Schalke oder Kaiserslautern. Also das darf halt, wenn du aufsteigen willst, darf das halt nicht das Argument sein, warum es nicht geklappt hat. Aber du musst ja auch mal sehen, wenn du jetzt die Statements von Markus Mann, auch für der Sportgruppe beim NDR jetzt hörst, oder eben auch für den Stefan Leitl, ey, ehrlich gesagt sind wir doch voll im Soll. Da, wo wir jetzt stehen, das war das Ziel. Da wollten wir hin, da sollten wir hin vor der Saison. Wir sind fünf da, sind immer noch drin, sind fünf Punkte weg von Platz drei. Wir sind ja immer noch mittendrin in diesem Spiel, wo wir quasi hinwollten. Also es ist ja nach wie vor unmöglich. Ich bleibe auch dabei, bin ich ehrlich. Hamburg wird es zu 75 Prozent nicht schaffen, aufzusteigen. Genauso wie ich jetzt, meine vage Vermutung ist, dass Pauli jetzt dann das Straucheln anwächst, weil gegen KSC hat es schon angefangen. Die Top-Chance haben sie nicht genutzt. Jetzt haben sie eine Niederlage gebracht. Das kann natürlich so einen psychologischen Knick jetzt verursachen. Und dann weiß man ja, wie es ist. Dann bricht man ein. Apropos Einbruch, psychologischer Knick. Jetzt kommt der ganz harte Einbruch. Wir brauchen deine Vorhersage fürs nächste Spiel, weil wir aufhören müssen. Sonst gleich. Ich bin ehrlich, ich glaube, das wird nichts am Sonntag und sage, die komische Stadt gewinnt 0-2. Uff. Tut mir leid, ich habe da wenig Hoffnung, wenn sie nicht da sind, sich jetzt unter der Woche zusammenreißen. Okay. Lieber mit. Ich war gerade, als eben unsere beiden Experten nur einzeln zu sehen, waren tatsächlich kurz irritiert. Moment, wo sind denn die, wo sind denn ihre Trikots hin? Auf dem Bild, warum sieht man die denn da nicht? Naja, so ist das. Technik im Fernsehen. Eine Sache nur ganz kurz noch ergänzen. Ich glaube übrigens, ich glaube schon, dass St. Pauli stabil genug ist, dass sie es packen. Und Kiel wird es auch schaffen. Mal gucken, wer der Erster wird. Ich bin mir aber auch relativ sicher, das sind die beiden Aufsteiger. Ich glaube, es ist völlig egal, wer den dritten Platz macht. Die Relegationen werden die alle nicht übertreten. Ja, okay. Glaube ich auch. Schauen wir mal. Gut. Du kannst jetzt mal ein bisschen fröhliche Musik. Zum passen, so halbwegs passen zum Spiel. Jawohl. Ihr dreht das Spiel ein bisschen, dafür von uns ein Küsschen. Mit mehr rechnen wir eh nicht. Mit mehr rechnen wir eh nicht. Mit mehr rechnen wir eh nicht. Trotzdem ein bisschen wenig für die Kornstein. Was soll das sein? Könnt ihr diese guten Sachen nicht auch mal früher machen? Für ein paar gute Minuten, lasst ihr sogar dreh, soll die bluten. Gebt euch doch mehr Mühe, am besten auch mit dem Mühe. Ich weiß nicht, was soll ich fühlen, schon wieder unentschieden. Bin ich damit zufrieden oder will ich mehr? Ich weiß nicht, was soll ich fühlen, ich bin wie ihr unentschieden. Könnt ihr ja nicht besser spielen oder wollt ihr nicht? Ja, wir können auf jeden Fall besser. Das machen wir nächste Woche. Das war der Club. Ich bedanke mich ganz herzlich. Jens, Niklas. Jawohl. Auf gut, super. Und schöne Musik ist schon wieder vorbei. Und Ben natürlich. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.